Dynamo Dresden feiert mit knapp 30.000 Fans den 70. Geburtstag des Vereins. Mannheim in Weiß beginnt mit derselben Startelf wie beim Auswärtssieg in Essen und Mannheim beginnt angriffslustig. Fünfte Minute Pascal Sohm im Zusammenspiel mit Marc Schnatterer, wieder Sohm und der findet Martinovic, 1-0 für die Gäste. Die einen feiern Geburtstag, die anderen feiern die frühe Führung. Marc Schnatterer ist an der Entstehung des Tores beteiligt. Die Flanke von Sohm ist butterweich und Dominik Martinovic hat allen Platz und alle Zeit der Welt, sich die Ecke auszusuchen. Der frühe Schock für Dynamo und Trainer Markus Anfang, der nach seiner vierten gelben Karte das Spiel heute von der Tribüne aus beobachten muss. Drei Minuten später Freistoß für die Gastgeber, den tritt Ahmed Arslan. Tim Knipping und die Frage, ist da alles sauber? Schiedsrichter Florian Heft sagt, ja, kein Strafstoß und das ist aus meiner Sicht richtig. Sowohl Rossi Pall als auch Knipping ziehen und zerren ein wenig. Das ist aber nichts, wofür der Unparteiische auf den Punkt zeigen müsste. Waldhof-Trainer Christian Neidhardt sieht einen engagierten Auftritt seiner Jungs. Eine gute Viertelstunde ist rum. Schnatterer. Dynamo kann die Ecke zunächst klären, doch Mannheim setzt energisch nach. Wieder Marc Schnatterer. Auf Malachowski mit Platz und den Blick für Wagner. Ganz knappes Ding. Wagner, der gebürtige Sachse, wurde in Leipzig groß und lernte dort das Kicken, vergibt rund 100 Kilometer Luftlinie von seiner Geburtsstadt entfernt. Die große Möglichkeit zum 2-0 für Waldhof Mannheim. Es ist ein intensives, ein unterhaltsames Duell der Verfolger im Aufstiegsrennen. Elas, starker Ball auf Borkowski, Conte, Bartels, Kutschke, die Riesendoppelchance für Dynamo. Conte im Tor, der Ball aber nicht und so bleibt der Jubel aus beim Co-Trainer-Duo Scholz und Junge. Toller Spielzug, Conte leitet noch weiter auf Borkowski und scheitert dann an Bartels. Riedl mit starker Abwehraktion gegen Kutschke. Statt Tor gibt es Eckball für Dresden. Und wieder fällt ein Dresdner im Strafraum und diesmal gibt Florian Heft Strafstoß. Für mich die richtige Entscheidung. Pascal Sohm reißt Kutschke klar um. Das ist ein Foul, das gibt Elfmeter. 31. Minute. Ahmed Arslan tritt an gegen Jan-Christoph Bartels und trifft. 1-1. Der Torschütze sendet ein paar eindeutige Botschaften Richtung Waldhofblock nach seinem 20. Saisontor. Es ist so viel Feuer drin in dieser Partie. Arslan kraftvoll platziert, Bartels ahnt die Ecke und ist dennoch chancenlos. Die Kameras können nicht auflösen, ob es Provokationen aus dem Waldhofblock gegeben hat. Aber diese Gesten sind unnötig und werden zu Recht mit Geld bestraft. 5 Minuten noch bis zur Pause. Wieder ist Conté schnell unterwegs. Conté und dann Jans. Boah, hat der Nerven. Laurent Jans, der Luxemburger, schrammt bei seiner Klärungsaktion denkbar knapp am Eigentor vorbei. Nach aufregenden ersten 45 Minuten ist ein wenig Entspannung nötig. Nach dem Seitenwechsel geht es aber wieder rasant weiter. Dresden startet offensiv in die zweite Hälfte mit Park. Und mit Arslan. Auffälligster Spieler auf dem Rasen, egal ob mit dem Fuß oder per Kopf. Seine Aktionen bringen immer wieder Gefahr. Und während die Zeitlupe noch läuft, hat Dynamo schon wieder den Ball. Borkowski, Waldhof-Mannheim nach guten ersten 20 Minuten nicht mehr ganz so stabil in der Defensive. Schönes Zuspiel von Paul Will auf Borkowski. Kurz danach gibt es einen Freistoß für den SV Waldhof, eine Aufgabe für den Altmeister. Marc Schnatterer. Drillaccia muss ordentlich hinlangen. Die Schusstechnik des 37-Jährigen gehört noch immer zur Premium-Klasse in der dritten Liga. Mannheim hat übrigens noch nie ein Pflichtspiel gegen Dresden verloren. In drei Duellen gab es zwei Waldhof-Siege und ein Remis. Eine knappe Stunde ist gespielt. Es geht hin und her. Lemmer. Borkowski. Zurück auf Lemmer. Jakob Lemmer. Anfang der zweiten Hälfte für den angeschlagenen Conte ins Spiel gekommen. Aus dem Spiel geht nach 63 Minuten Marc Schnatterer und Achtung, da kommt was geflogen. Das Dresdner Choreomaterial souverän pariert. Auch das ist Marc Schnatterer, der sich kurz zuvor vertreten hat und deshalb bereits nach einer guten Stunde den Platz verlassen muss. Für ihn kommt Pledl und der ist gleich mittendrin. Pledl auf Winkler. Grandios. Auf Dominik Martinovic. Gibt's doch nicht. Eine Riesenaktion des SV Waldhof bleibt ohne Belohnung. Die Ballverarbeitung von Martin Winkler ist erste Sahne. Und dann macht's Ding Dong am Tor von Stefan Drillaccia. Zur Führung fehlen nur Millimeter. Latte, Pfosten, raus, bitter für die Gäste. Die letzten 20 Minuten laufen und es läuft auch Kyu-Yoon Park. Der Südkoreaner kaum zu stoppen. Und als er fällt, gibt's Vorteil. Denn der Ball ist bei Lemmer. Lemmer, tolle Flanke auf Kutschke. Dresden dreht das Spiel. Und dann müssen alle Emotionen raus. Die Kurve bebt, weil Kutschke zum neunten Mal in dieser Saison knipst. Ausgangspunkt ist das Solo von Park, der eigentlich gefoult wird, aber seine Verfolger einfach abschüttelt. Dann hat Lemmer außen ein bisschen zu viel Raum, genauso wie Kutschke im Sturmzentrum. Mit dieser Wucht und aus dieser kurzen Distanz hat Bartels keine Abwehrchance. Dynamo führt mit 2 zu 1. Noch ist aber Zeit auf der Uhr. Die Waldhöfer machen hinten auf und das hat Folgen bei einem Ballverlust. Vier gegen drei Situation. Manuel Schäffler, kurz zuvor für Kutschke gekommen, schaufelt die Kugel irgendwie zu Willjanz, klärt für Mannheim. Das Team von Christian Neidhardt macht ein gutes Spiel, dennoch droht die elfte Auswärtsniederlage der Saison. 90 Minuten sind gerade abgelaufen. Da findet der SV Waldhof nochmal den Weg nach vorne. In der Mitte, der eingewechselte Tass. Da sind viele gelbe Stutzen im Weg, trotzdem kommt der Ball irgendwie zu Pascal Sohm. Der ehemalige Dynamo-Stürmer vergibt die Mega-Möglichkeit zum Ausgleich und das mit der letzten Großchance der Partie. Mannheim verliert mit 1 zu 2 bei Dynamo Dresden. Mannheim. 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 Mannheim.